Die Arbeitslosenquote in Deutschland sinkt auf Rekordtief. Die Arbeitslosigkeit in Deutschland hat einen neuen Tiefpunkt erreicht. Aktuellen Berichten zufolge ist die Arbeitslosenquote im September 2023 auf 4,3 Prozent gesunken, was den niedrigsten Stand seit der Wiedervereinigung im Jahr 1990 darstellt. Der Text ist bereits auf Deutsch. Hier ist er noch einmal. Diese Entwicklung wurde von verschiedenen Institutionen begrüßt, die die positive Dynamik auf dem Arbeitsmarkt hervorhoben. Experten betonen, dass die robuste Wirtschaftslage und die stabile Nachfrage nach Arbeitskräften maßgeblich zu diesem Rückgang beigetragen haben. Das Statistische Bundesamt führte aus, dass besonders in der Industrie und im Dienstleistungssektor zahlreiche Stellen geschaffen wurden. Die Situation in den neuen Bundesländern ist ebenfalls erfreulich, da die Arbeitslosigkeit hier ähnlich gesunken ist wie im gesamten Bundesgebiet. Darüber hinaus zeigen die Zahlen deutlich, dass die Zahl der Arbeitslosen im Vergleich zum Vorjahr um über 200.000 Menschen gesenkt werden konnte. Ein Fachmann für Arbeitsmarktstatistik erklärte, dass diese Entwicklung sowohl durch eine steigende Zahl von sozialversicherungspflichtigen Beschäftigungen als auch durch weniger Kurzarbeit und Arbeitslosenzahlen bedingt sei. Die Rückkehr zur Normalität nach der Corona-Pandemie hat dem Arbeitsmarkt weiteren Auftrieb gegeben, was besonders für Branchen wie das Gastgewerbe von Bedeutung ist. Die Regierung hat ebenfalls Maßnahmen ergriffen, um die Beschäftigung zu fördern. Laut einem Sprecher des Arbeitsministeriums konzentrieren sich die aktuellen wirtschaftspolitischen Initiativen darauf, Fachkräfte gezielt zu fördern und Ausbildungsplätze zu schaffen. Diese Vorgehensweise soll sicherstellen, dass der Trend weiter anhält und die Wirtschaft weiterhin wachsen kann. Dennoch warnen einige Analysten davor, dass der Rückgang der Arbeitslosigkeit nicht blindlings als Zeichen für eine krisenfreie Zukunft interpretiert werden sollte. Es wird darauf hingewiesen, dass die demografischen Herausforderungen und der Fachkräftemangel nicht unterschätzt werden dürfen. Die Bildungspolitik müsse an die Bedürfnisse des Arbeitsmarktes angepasst werden, um langfristige Stabilität zu gewährleisten. Ein Wirtschaftsexperte äußerte die Notwendigkeit, dass der Fokus verstärkt auf die Integration von Migranten und die Weiterbildung bestehender Fachkräfte gelegt werden müsse. Insgesamt zeigt der aktuelle Trend auf dem deutschen Arbeitsmarkt eine positive Entwicklung, deren nachhaltige Auswirkungen jedoch genau beobachtet werden müssen, um sicherzustellen, dass diese Veränderungen als stabil und langfristig gelten können. Verfasst von Anita Farke, Sonntag, 24. Oktober.